Okay, wir fangen einfach mal an. Zack, stärker! Ah, hier. Mumus! Die werden mir aber auch nicht den Sieg verderben. Na? Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Den vergesst ich auch regelmäßig, seinen Namen. Ist nicht so wichtig. Girlings, ist klar. Man muss ja nicht alles mit wörtlichem Namen kennen. Na, 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 na. Knapp. Sie reißen sich doch gleich los. Die wackeln doch schon so. Wackel, dackel. Hä, was war denn das gerade? Ach so, so eine Dinger, die aus dem Boden gucken, haben wir gerade vernichtet. So eine roten. Das geben genau das gleiche Geräusch. Wow! Das ist unfair. Ich hab nur noch ein Herz. Ich hab nur ein Herz. Komm, jetzt müssen wir mal High Priest machen. Oh, Glück gehabt. Nein, ich kann ja auch so nicht mehr in die Mitte gehen zum Abbrechen. Dann sterbe ich ja. Ja, natürlich! 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 Alter! Was ist hier los? Wie unfair war das denn? Wo ist er? Ich kann nicht gucken, sonst wäre ich getroffen. Da. Oh! Ich brauch irgendwas, was mir Leben gibt. Sofort her damit. Ey, Leber, sofort her damit. Oh, und das war sofort her damit. Puh, aber gucken wir mal den Leben an. Wir haben uns aber richtig gut gerettet gerade. Hei, hei, hei. Ich dachte gerade, da geht's zu Ende mit uns. Ähm, Bosskampf. Stärker! Nicht der schon wieder. Nein, das war noch der andere. Poly, Poly irgendwas hieß der. Ja, drei Stück sind wir noch davon. Okay, der Endkampf ist, der ist böse. Der gefällt mir nicht. Das ist nicht Endkampf, sondern, äh, ein Bosskampf von beiden. Nein, nein, Achtung, Achtung, Achtung. Schön aus... Oh, Polyphemus, so hieß der, stimmt. Und die stärkere Version von Polyphemus, glaub ich. Ja, wie viele Herzen sind hier? Eieiei. So, Concentration. Ah! Na, ihr werdet wohl nicht gemeint zu mir sein. Ich bin doch auch nicht gemeint zu euch. Ich komm zwar in den Womp, aber es hat keinen Grund, mich anzuschießen. Ich wollte bluten. Den da oben treffe ich doch bestimmt. Yo! So, den Amar zu euch. Große, schwarze Herzen. Im Womp findet zwar, äh, relativ viele Herzen. Worausgesetzt, die Mutter hat Zwillinge. Guck mal, wir haben jetzt hier das Kopflicht auf, aber Geheimräume haben wir noch nicht gehört. Da, komm mal auf der Karte, siehste? Stimmt, wir müssen sie aufspringen. Kommen wir da noch irgendwie ran? Hier rechts, haben wir die Bombe noch da? Die Bombe ist da. Können wir die aufladen? Nee, müssten wir einen Kampf noch machen. Hm. Interesting. Wir können hoffen, dass unten Gegner drin sind. Weißt du? Guck mal, ich nehm das mal. Ich hoffe, dass im Exit Gegner drin sind. Ja, guck mal, da können wir die aufladen. Super. Juhu! Und jetzt schau ich mir an, was in dem Geheimraum drin ist. Zack. Und? Gehe mir Herzen. Nee, das ist auch gut. Card against humanity und Chariot. Ich benutze das mal hier. Wow. A card against humanity. Ah, guck mal, wir kriegen Geld raus. Das ist doch erstmal gut. Das könnte ja so ein kleines bisschen dauern. Ich spule mal vor. So, wow, der Raum ist weg. Nicht viel rausgekriegt, aber immerhin etwas. Und vor allem eine 15er-Münze oben. 34 und zack. Nee, eine 10er war's. Okay. Ich hab mich getäuscht. Ähm, wir nehmen das andere erstmal wieder mit. Die Damage-Buch für den Kampf. Wir haben eigentlich genug Range. Wir haben ja noch ein paar Räume. Wir können uns die Münzen aufheben. Wir hoffen, wir haben was Besseres. Ah, ich gucke mal. Wir können ja den da nutzen. Kohle, PhD. Range haben wir viel. Deswegen könnten wir uns die Kohle holen. Nein, hier kommen wir Herzen. Nehmen wir eins mit. Revolte mal auf den. Der ist gut. Speed und Shoot Speed ab. Wir nehmen noch den hier mit. Speed und Damage. Yeah. Oh, HP und... Ich brauch noch zwei Münzen. Hoffentlich kriegen wir hier welche. Oh, zwei Monstro-Klein. Böses Monstro. Komm, schieß schon. Nein, knapp. Ja. So, immer schön auf der Hut sein. Die Monstros springen beide gern. Jetzt ist er, oh Gott, nur springen. Statt schießen. Los, schieß mal beide. Juhu. Einer. Ach, der schießt jetzt nochmal. Was soll er machen? Einer springt. Der andere springt. Beide springen sie. Na ja, gleich ist einer weg. Wo bist du, oder? Schieß mal ein bisschen. Juhu. Müsste ja gleich weg sein. Ich darf der andere lasern. Also von den Lebenspunkten her müsste ja einer weg sein. Oder wir wollen gemeinsam sterben. Nein. Aua. Nicht so cool. Alter, was ist los mit euch? Macht mal ein Down. Geht Down. Put den Zombies down. Au. Ja, gehen sie beide gleichzeitig. Sie mögen sich halt. So, was kriegen wir? Ja, was kriegen wir? Na toll. Wir haben Ansos Vision. Boah, warum nicht? Kriegen wir, glaube ich, ein Herz da? Ne, kommen wir nicht. Ist egal. Und Passage nach unten. Puh. Puh. So, Ausbeut ist aber nicht gut. Hier mit Chariot, mit Unverwundbarkeit. Wir können uns noch ein Herz holen oder auf die... Wir warten. Wir kaufen uns noch schöne Sachen, wenn wir sie bekommen. Tschüss. Auf nach unten. In the Sheol. Teufelsraum. Zack. Ah, guck mal. Regeneration bringt uns nicht viel. Mit einer Münze kommen wir hier rein. Ach, sieh einer an. Ähm... Ich glaube, das war gut. Syntax Error. Höh! Ach so, das war einmal durchwürfeln, wa? Megatiers, Bouncing Tears. Okay, wir müssen nah ran. Wir haben volles Herz. Wow! Wenn ihr... Wenn ihr uns drin steht... Guck mal, wie viel wir schießen. Die doppelte Anzahl von Schüssen ballern wir hier los. Wow! Ach so, irgendwie ist es doch ganz schön geil gerade. So, was haben wir denn noch? Den nehmen wir mit Speed und Range ab. Ganz so schnell klein, die Schüsse. Ähm... Hier kriegen wir noch eine Bombe her. Ach, wir können... Wir können elf fliegen. Ach, cool! Hab ich gerade gar nicht gemerkt. So klein wie wir sind da. Nein! Oha! Ey, lass meine Münzen liegen. Lass meine Münzen liegen! Ich mag dich nicht. Das ist meine. Ähm... So. Ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Und ganz schnell einsammeln. Alles meins, alles meins. Too bad, buddy. Ich muss hier im Kampf aufpassen, dass ihr mich hier nicht weg sammelt. Starry Road, ja. Die Brille brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich gehe mal hier ran. Ähm... Lebenspunkt brauchen wir nicht. Kerze brauchen wir nicht. Gib mir mal was cooles. Ähm... Das... Die Werte werden durchgeschaffelt. Das könnte mir vielleicht... Könnte sich lohnen. Dass wir ein bisschen mehr Range bekommen, zum Beispiel. Sack! Stärker! Frum, 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 frum. Oh, guck mal. Wir müssen aufpassen, wenn die Schüsse explodieren. Ah, guck mal! Der ist... Oh, was explodiert denn alles? Wow! Das ist für eine Fliege. So eine violette Fliege. Ist das unsere? Das ist unsere. Habe ich noch gar nicht gesehen. Oder ist das irgendwie eine Kombination aus irgendwelchen Gegnern? Verbündeten, meine ich. Aua! Wie soll ich die denn sehen vorher? Okay, das war gemein. Irgendwelche Zufallsschüsse haben die auch drin. Manchmal schildet hier... Man, wenn du das ganze Münzen weg! Diese Sau! Ich bleib jetzt hier oben. Meine! Ich will mir auch was kaufen. Verdammt, der Axt hat mir alles weggenommen. Wir nehmen die Energie mal hin. Wir nehmen... Once make you small. Ich seh mich gleich nicht mehr. Schariot, ich nehm die Herzen mit. Das noch nicht. Ich spreng ihn hier mal kurz auf. Boom! Ah, nee, das auch noch nicht. Ich hab mir das ganze Geld weggeschnappt. Die Sau. Diese Socke. Hier kann ich, glaub ich, durch. Für... Hagalas, ne? Ja, schön, danke. Nee, brauchen wir nicht. Hm, zack. Au! Was war denn jetzt? Ach so, Explosion. Tja. Hat er mir wieder Geld weggenommen, die Sack... Ratte? Ah. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Wir haben zwar relativ gute Sachen da war, aber... Magnetische Tränen haben wir auch. Können wir das nicht irgendwie nochmal verdammt... Wir haben das Falsche gesammelt. Ich fühl mich grad nicht so stark, wie ich's eigentlich sollte. Na ja. Unverwundbarkeit. Ich spüre das Messer. Zrrt. Zrrt. Au! Wie gemein. So, jetzt lass mich meine Münzen sammeln. Ja, meine Münzen, meine Münzen, meine Münzen. Mein Kumpel, aber es geht alles mir. Ich sag, jetzt haben wir es hier nicht sein. Da ist auch noch eine für mich. Oh, oh. Der Kampf gegen Leben und Tod, halt hier. Ähm, lohnt sich noch nicht? Wir machen den Kampf. Pubertät. Was bringt ihr überhaupt, diese Pille? Ist irgendwie so sinnlos. A Fat Protector haben wir auch. Ins Feuer dürfen wir selbst nicht rennen. Das ist irgendwie neu. Sonst bin ich da auch immer rennen, wie mir lustig war. Keine Münzen, schade. Wir nehmen... Oh, sieh eine an, sieh eine an. Penetre... Äh? Achso, wenn ich nicht im Verbündeten drin stehe... Was machen denn die Tränen da? Das sind ja alle möglichen Effekte hier. Au! Nehme ich mit, danke sehr. Äh, Sparschwein haben wir, stimmt. Und was war das hier? Zeig mal. Ne, jetzt einfach mit. Empty Vessel. War das nicht der, ähm... Zeig mal, geht mal im Kreis. Ne, ich dachte, jetzt machen wir so ein Zeichen auf dem Boden. War es leider auch nicht. Wir haben aber, wenn ich mich nicht täusche... Wir gehen raus. Und da fällt die Münze hin? Nein, genau, falsch rum. Hm. Ich probiere es mal mit den Bomben. Noch ein Sonderangebot. Ne Pille? Nö. Ich probiere es mit der nächsten Bombe. Ähm, Herz? Nein. Es sind so gute Sachen dabei. Kann mir ja nichts kaufen gerade. Ich will den siebenmal an den Boden. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Danke. Und Matchsticks. Können wir, glaub ich, nur Bomben, ne? Und ein schwarzes Herz. Juhu. Also nicht so cool. Äh, nicht so uncool, mein ich. Ähm, nichts, 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 nichts. Und weiter nach unten. Pubertät, ja. Nehmen wir mit. War wir die gerade da... ... ... ... ... Was war das gerade? Ach so, wir haben hier ein... Ach, auf jeder Ebene was anderes, oder wie? Höh, haben wir dieses Item, das das immer schießt? Ja, haben wir. Alter, wie hart. Range up brauchen wir nicht. Das macht Fungeier. Auf jeder Ebene was anderes. Aha. Oh. Die Sicks. Da könnten wir uns mal gut nutzen, falls wir was bekommen, was nicht so cool ist. Zack, 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 zack. Juhu. Sieben haben wir aber erst. Wow, es sind ja alle Viere hier. Hier an den Vierer Schuss haben wir uns also auch. Boom. Nein, eine Bombe. Das nehmen wir, das nehmen wir. Das nehmen wir auch. Tschüss. So, und zeigt mal her. Hier haben wir, hier haben wir ja gar keine mehr. Na gut. Los, Schaden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das hier wird. Boom. Ach, wir sind ja... Blood of Flies, ne? Coole Sache. 1,1. Wir haben zwölf Münzen. Ich nehme es einfach mit, warum nicht? Range up. Und auf in die nächste Runde. Nein, so viele Bomben. Wow. Wo ist meine Pfeile? Hier ist mein Pfeil. Gerade gar nicht mehr gesehen, ey. Wow. Wo seid ihr? Explodiert bitte, aber nicht in meiner Gegenwart. Ist ja noch einer. Da ist noch einer. Oh, nach unten. Uh. Also irgendwie ist doch recht cool, da wir fliegen können. Ich brauche nicht gucken, ob wir irgendwo rüberfliegen. Noch Schaden haben wir auch. Oh, da oben. Ich zerstöre mal den Rand da oben. Zerstöre mal den Rand da oben. Kann es mir ja gerade leisten. Oh, schöne viele München. Schöne Sache. Boom. Nice, Alter. So, wo haben wir den nächsten Gegner? Da unten. Alter, was war denn das für ein Radiusgrad? Ist ja alle vier hochgegangen. So, Münzen, Münzen, Münzen. Münzen, Münzen. Gehen wir nach unten mit dem Ding? Ich sehe mich gar nicht mehr so klein um die ganzen Gewirre hier. So, 32. Wir können den Pilz mitnehmen. Extra live. Wir können... Wollen wir es riskieren? Falls wir mal was Schlechtes bekommen? Ich nehme den mal mit. Jetzt einsetzen will ich ihn nicht. Nur für den Fall, dass wir wirklich was Schlechtes bekommen. So. Wollen wir Schaden bekommen? Ey, unfair. Wow. Monstro. Wo ist Monstro? Ach, der andere ist auch weg. Oh, cool. Müssen wir jetzt hier jeden neu aktivieren? Jede Ebene? Oder gerade nicht so. Okay. Danke, 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 danke. Oh, ich habe drauf gedrückt. Ich habe drauf gedrückt. Boom. Weg damit. Jetzt kommt der da unten. Ach, guck mal. Ist doch echt cool. Eine Sache. So, und noch eine Münze. Hey. Wir kriegen jetzt Pass, Row, Change. Und nochmal Change. Eine kann man wegmachen. Brauchen wir nicht. Und zum letzten Mal. Ach, wir haben auch noch Tiny Planet. Wie wirkt sich das denn hier aus? Ich nehme mal Change. Ah, guck mal hier. Das ist schön. T-S-Up und Shoot Speed. Das nehmen wir doch sehr gerne. So, und ab zur letzten Ebene. Ah, hier ist er noch wieder. Das noch wieder. Tschüss. Das können wir auch nochmal verwendlichen da unten. Boom. So, einmal können wir noch rewollen. Falls uns das jetzt nicht gefällt, was wir bekommen. Dann zeig mal her. Wir haben. Pfff. Guillotine. Sehe ich zuvor. Wenn wir sterben, werden wir ein anderer. Wir schießen Laser. Wow. Wir können diese... Triple Shot Laser. WTF. Sieht man das? Da unten der da. Der hier lädt die Laser auf. Triple Shot sehe ich gerade nicht. Ich sehe nur die Brille, dass wir in die versteckten Räume gehen können. Alter, nice. Komm, diese Kombination probiere ich jetzt einfach mal. Boom. Alter, nice. Guck mal, wie schnell. Die jagen wir mal hoch. Wow. Es kommen hier halt viele Viecher raus. Wahnsinn. Wow. So, Creed, mein Freund, du tust mir jetzt ganz schön leid. Wie schnell kann ich eigentlich schießen hier, die Dinger? Ja, geht recht gut. Mal länger aufladen, ist wahrscheinlich besser dann. Ich zahljag die mal, die in Ecke mal. In der Hoffnung, dass da noch ein paar... Spinnen rauskommen. Du kriegst keine Herzen. Wo gibt's denn sowas? Bei der Hälfte vom Creed-Kampf, meistens spannend, ich re-walle. Ich will nochmal eine andere Kombination haben. Einfach nur, weil deswegen. Eventuell kriegen wir noch was Nices. Was oben rausgekommen? Wieder spinnen. Die Schlüssel zerstören. So, Hälfte haben wir noch nicht. Herzen vernichten. Creed darf hier gar nichts haben. Ey, wir haben hier gut unter Kontrolle, aber ist mir zu einfach. Deswegen, eventuell kriegen wir noch was Schlechtes. Die Hälfte ist erreicht und... Bob. Laser. Hä, was ist das denn? Guck mal, ich halte gedrückt und da kommen so ne kleinen Dinger rausgeflogen. Zeig mal her. Ähm, nein, Mom's Pearl, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Ansonsten kriegen wir ein Teleport zu irgendwas anderem. Wie schrecklich ist das denn hier? Muss ich mit dem kleinen Laser schaffen? What? Na ja, vielleicht geht's ja sogar. Nein, Bomben, nein! Ich will nicht weggeportet werden. Falls es überhaupt geht gerade. Na ja, wir haben ja zumindest ein paar Begleiter, die hier mitschießen. Bomben. Die Bombe, die hier mit herumfliegt, die ist auch recht gut. Okay, eine Tür ist offen. Bomben! Au. Ich will die Tür gar nicht aufgehen eigentlich. Dann könnt ihr nämlich mit. Zack, die Bombe kriegst du. Ich bin so Lord of Flies und nicht du. Wo ist er? Da. Ach, jetzt kann ich Wasserbomben. Oh, 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 oh. Aber es geht. Guck mal. Ist relativ schnell überseite. Nein. Also jetzt einen kurzen Moment vorher werden wir weggeportet. Das wäre... Das wäre böse. Au. Ah, jetzt kommt mal. Crack Dice. Kriegen wir. 36 Mann zahlen. Ja, warum nicht? Also die Kombination gerade war echt schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Guck mal, wenn wir hier aufladen. Und Feuer. Der schießt irgendwie schräg. Ach, das sind Explosionen. Säumilch müssten wir haben. Säumilch, Explosionen und Schatz. Schatz. Ah, jetzt verstehe ich es erst mal. Ich habe noch... Wir haben ja auch noch so eine hier. Guck mal. So eine Fliege. Ah, Paperclip. Guck mal hier. Das ist ja irgendwie cool. Wie viel wir hier einzahlen können? 999. Maximale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Cool. Guck mal, wie riesig wir sind im Vergleich zu gerade, ey. Wow. Hä, was macht die Truhe? Die Dance Roll Up. So geil. Irgendwie... Es war weird. Gib zu, aber irgendwie cool. Leben hatten wir gerade auch noch eins. Durch die Lazarus-Bandagen. Wäre aber noch ein anderer geworden. Und... Ja, irgendwie... Ja, ich weiß nicht, was wir davon halten. So irgendwie cool. Irgendwie creepy. Irgendwie komisch. Auf jeden Fall. Ich nehme es erst mal hin, dass wir es geschafft haben. Und ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Binding of Isaac. Afterbirth. Kann der Typ mal ein bisschen langsamer reden? Ich hoffe, nein. Und... Ja. Wartet auf mich und tschüss.